Hallo, ich bin heute in Weimar und möchte die Gelegenheit nutzen, um euch mal einen besonderen und auch einen ziemlich seltenen Geocache-Typ vorzustellen und zwar den Webcam-Cache. Ein Webcam-Cache ist ein Geocache, der, wie der Name schon vermuten lässt, gar die Einbeziehung einer Webcam erfordert. Dieser Cache-Typ ist extrem selten. Den gibt es nur noch ganz, ganz selten, wenn eine Stadt einen hat, dann können sich die Geocacher da sehr, sehr glücklich schätzen und oft werden diese Geocaches tatsächlich auch sehr häufig angegangen von Geocachern von außerhalb. Ich bin heute hier, wie gesagt, in Weimar, hinter mir das Denkmal von Goethe und Schiller und hier ist ein Museum und die Webcam ist ausgerichtet auf das Denkmal und auf das Museum. Und wie ich das Ganze logge, das zeige ich euch jetzt mal in einem kleinen Screencast-Video. Um einen Webcam-Cache zu loggen, begebe ich mich zunächst in die Geocaching-App. In der App sehe ich, wenn ein Webcam-Cache in meiner Nähe ist, dass schon an dem Icon, was nicht ganz so häufig ist, in dem eine kleine Kamera zu sehen ist und durch einen Klick auf das Icon rufe ich das Listing entsprechend auf und sehe da, dass ein Link hinterlegt ist, der mich zu einer Webcam führt. Diesen Link kopiere ich mit der Kopierfunktion meines Handys, minimiere die App, gehe in den Browser und gebe den Link dann in der Suchzeile ein, öffne die Seite und komme dann sofort auf den Bereich, in dem das aktuelle Bild von der Webcam zu sehen ist. Dann mache ich davon ein Screenshot, bearbeite den Screenshot mit einem Marker, wo ich mich einfach einkreise, nur ein Pfeil dran mache, damit der Owner der Webcam-Caches einfach sehen kann, welcher genau ich da bin. Dann sichere ich das in meinen Fotos, gehe wieder in die Geocaching-App, drücke auf Webcam-Cache-Loggen, drücke auf Webcam-Cache-Loggen, Webcam-Foto gemacht, mehr oder weniger ausführlich, man kann sich, glaube ich, schon mal bedanken dafür, dass das so lange aufrechterhalten wird und muss natürlich ein Foto hinzufügen und dann nehme ich das, was ich gerade bearbeitet habe, füge das an und sende das und schon habe ich ein Webcam-Cache geloggt. Also viel Spaß beim finden und loggen eurer eigenen Webcam-Caches und denkt bitte immer dran, egal wie dicht du bist, Goethe war dichter.